Musik Das ist eigentlich ein recht schöner Bezirk, der 10. Bezirk. Das ist mein Kreuzlag, wo ich auch muss zu bilden. Musik Koch hätte ich werden wollen, Kiewer hätte ich auch werden wollen, Friseur bin ich dann wollen. Musik Musik Also Fernsehen ist glatte Lüge, würde ich mal sagen, nicht? Grüß Gott! Grüß Gott! Jetzt machen wir ein Hoka, eine Ehrliche Beine. Guten Morgen! Das ist wie das jetzt wirklich Rissen. Was ist denn einer meiner besten Frage? Ja, ja. Ich habe nur Freunde zu mir gekommen, weil Kunden verflüchtigen sind. Aber in meinem Beruf habe ich keine Vorbilder. Also im Hobby ja, mit der Musik schon im Beruf, da bin ich der Beste, da gibt es keinen anderen. Musik Volksmusik ist mein Hobby ja. Da spiele ich selber Teufelsgeiger oder Harmoniker. Da haben wir Auftritte auch mit den Lachsburger Teufelsgeiger. Das ist immer recht interessant. Berufsausgleich sozusagen, ja. Ich habe einen Zustand am Schädel, das ist keine Frisur. Nein, mir gefällt es eigentlich ganz gut. Meiner Freundin gefällt es auch und die anderen haben nichts zu reden. Man soll sich ja wohlfühlen. In der Wirtschaft soll man sich auch wohlfühlen. Das ist ja wohlfühlen. Das ist ja wohlfühlen. das ist ja wohlfühlen. N험, Niemals. Schön, Niemals! �